Ich muss die Welt belassen. Wie viele Getränke haben wir? Ja, ich jetzt zwei, über zwei Liter und auch mal so ein Kram. Okay, gut. Das sind verdammt viele Wölfe. Als ob die meinen Plan gerochen haben. Wie viele Tage sind wir jetzt? 134. Das ist ein Mist aber auch. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Sorry. Wir flogen jetzt bei dem Fluss. Unten am Fluss. Watership down. Boah, ist das schlimm. Oh Gott. Ich habe es jetzt auf YouTube gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gucken möchte oder nicht. Das ist einfach zu schrecklich. Der Film. Ich finde es immer noch als Erwachsener. Unglaublich. Den Film. Weil der mich als Kind so schockiert hat. Wisst ihr, was ich meine? Der war nur unglaublich schockierend. Ich weiß noch als ich, als die Map neu eingegliedert wurde. Ich habe es gehasst wie die Pest. Gehasst. Und auch diese, das hier. Ich habe die Kategorie gehasst wie die Pest. Und das hier habe ich auch gehasst wie die Pest. Da habe ich erst mal mehrere Wochen. Fast schon, um nicht zu sagen Monate. Das ist einfach Ding, dass ich mich so abstoßen fand. Und jetzt bin ich fast schon nicht ohne. Ich habe den Bären jetzt ja letztens umgebracht. Und hier ist meine ich die Bärenhöhle. Ich habe den Bärenhöhle. Ich habe den Bärenhöhle. Ich wusste es. Warum? Warum? Oh Gott. Oh Gott, wie schlimm. Oh, das war wirklich gerade Nahtoderfahrung. Hey, 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 hey. Crazy shit. Okay. So, Okay. 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 Yeah. Yes. That's cool. So. Eineinhalb Stunden. Sieg. 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 Das ist mir das Fleisch. Und Summon. Oh, so ein Scheiß aber auch. Ich hätte ihn eliminieren können, ich zottel. Und dann platzieren. Essen. Platzieren. Das andere Fleisch. Halbe Stunde, komm. Platzieren. Wasser. Inventar, 20 Minuten. Verlegen. Eine Fede. Okay. 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 Dann. Yo. Genau. Boat-boat. Das dauert ja echt ewig, bis das durch ist. Das dauert ja echt. Schwenkulo! Scheiße! Oh, das ist einfach eine Verrückte. Der hantet mich einfach. Dieser dreckige Bär. Dieser dreckige Bär hantet mich einfach. Hätte ich jetzt nicht gedacht, du. Mein Herz. Oh, mein Herz, ey. Zweimal. Knapp entkommen. Fuck. Okay. Scheiße, ey. Boah, hatte ich Glück. Ganz ehrlich. Okay. Zerlegen. Ich muss das ganze Zeit hier wegmachen. So. Und jetzt. Wo ist das Bett? Metallregal. Da. Bett. Meine Fresse, Leute. Uiuiuiuiuiuiuiui. Uff. War das scheiße knapp, ey. Ehrlich. So. Jetzt werde ich das hier nochmal machen. Eineinhalb Stunden. Gute Güte. Hätte ich das gedacht. Ich nicht. Zweimal. Hätte ich das gedacht. Hätte ich Glück und Unglück gehabt. Wirklich. Glück im Unglück gehabt. So. Verbessere Daumenschlafsack. Oh. Okay. Ein gewöhnlicher Schlafsack, der großzügig mit warmen Daumen gefüllt ist. Obwohl ich warm verwenden. Oh, das sieht aber schön aus. Das ist aber fett. So schön. Das sieht aber echt schön. Flauschig aus. Wo geht's hier eigentlich raus? Was ist da? Boah. War das scheiße noch eins knapp. Oh, das sieht voll schön aus. Guck dir das an. Plus. Plus. Acht. War das nicht voll viereinhalb oder fünf? Oder vier? Irgendwie sowas. Plus. Acht. Das ist natürlich richtig fett, ey. Aktion, wenn wir jetzt jetzt... Ah, okay. Wir brauchen dann dafür... Schneehund down. Okay. 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 Oh Gott, ey. Das war echt knapp, Mann. Pfff. Pfff. Ich komm immer nicht drüber hinweg. Crazy. Das Einzige, was hier noch fehlt, sind... Ersatzsicherung. Batterien haben wir... Hier. Hm. Nee. Ich glaube, das, was ich jetzt noch machen werde, ist... Ähm. 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 ... ... ... Der Bär war echt hier. Die ging echt hier hoch. Hier und ging dann da wieder zurück. Verrückt. Oder hier lang? Irgendwie sowas. Dass wir den vorhin nie gesehen haben. Weil den dutzenden Malen, welche langlaufen sind. Dutzende Male. Dutzende Male, ich weiß nicht. Ein paar Mal, welche langlaufen. Ich habe vorher nie gesehen. Den Bären. Aber ich glaube, wir werden dann jetzt erst mal hier mit dieser Aufnahme sein lassen. Wir werden jetzt die nächsten Folgen unsere Sachen zusammen machen. Wir werden dann hier runter gehen. Hier lassen wir mal den Weg langlaufen. Und gucken, wie es dann hier so aussieht. Zurück gehen zum Bauernhaus. Von da aus weiter. Richtung, wieder, äh, Richtung. Na? Ach, ich bin so bescheuert. Ähm. Richtung Rätselsee. Ja. Und von da aus dann weiter. So dann. Richtig. Gut. Verrückt. Ja. Das war's dann. Für diese Aufnahme. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. 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 Ciao.